Die allumfassende Aufopferung Ewiger Vater, wir opfern dir auf im Namen aller und für alle Seelen durch das schmerzvolle, unbefleckte Herz Mariens, das anbetungswürdige Antlitz, den heiligsten Leib, das kostbare Blut, mit der Liebe, mit der er dieses für uns vergossen hat. Die schmerzhaften Wunden, mit der Geduld, mit der er diese für uns getragen hat. Und das von Liebe für uns Menschenkinder durchglühte Herz im heiligsten Altarsakrament, in allen Tabernakeln dieser Erde, sowie seine allumfassende Barmherzigkeit, damit bald dein Reich zu uns komme. Seine Todesangst und Verlassenheit am Ölberg, mit dem Gehorsam, den er dabei für uns hatte. Seine schmerzhafte Kreuzigung, Kreuzerhöhung und sein Sterben. Mit ihren Tränen, Leiden und Schmerzen. Seine siegreiche Auferstehung, mit ihrer und der Aposteln Freuden und die glorreiche Himmelfahrt deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, den ich so sehr liebe, sowie alle Messopfer, in denen er sich dir für uns zu Sühne darbringt. Mit all seinen Meinungen, die er dabei für uns hat, zur Vergebung meiner Sündenschuld. Für die der ganzen Welt, für die armen Seelen im Fegefeuer und alle heute Sterbenden, besonders der Ungläubigen. Er wirke uns durch seine Verdienste, die Bekehrung der Sünde, die Bekehrung Russlands und dem Frieden der Welt. Amen. Gelobtse Jézus Christus in Ewigkeit. Amen.